Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe ich zu den Glatum zu einem anderen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergen und Fürst. Ja, hier haben wir am letzten Part geendet, hier im Fair Valley. Und jetzt gehts weiter auf der Mission durch die Arena. Nein, die Arena Mission haben wir natürlich schon abgeschlossen, aber jetzt gehts weiter. Nie deine amixierten Pokémon besiegen. 1, 2, 2 stehen noch an, wahrscheinlich noch ein drittes hier in Scorcity, aber erstmal die 2 hier. Chronologisch geht es weiter in Chorchester, auf gehts. Nächstes Ziel, Chorchester Arena. Dein amix Pokémon, let's go. 2 müssen wir noch schaffen, dann haben wir es hinter uns gebracht. Das Pokémon Team ist geheilt, sehr gut. Na dann. Durch die verschneite Stadt Chorchester geht es auf zur nächsten Arena. Jut, rein mit uns. Da wartet auch schon der Arena nicht auf uns. Na, was gibts? Hey, ihr drei, bringt euch in Sicherheit. Soll das ein Witt sein, wir sind hier um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt, wer ihr seid. Sorry. Okay. Nun, da es der Zwingfürst hier ist, kannst du dich entspannen. Ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all dem wild gewonnenen Dynamax-Pogman fertig werden soll. Mit eurer Hilfe kann ich jetzt jeder von euch eines der Pokémon verknüpfen. Dann nichts wieder raus auf den Kampfplatz. Ja. Und welches Pokémon wird es diesmal sein? Oh, okay. Dynamax-Pogman high in Broklos. Und hier in Dynamics. Broklos. Der Kampf gegen Anton. Mal wieder. Uffuss gegen Broklos. Broklos. Und Denerbrocken. Na God. Machen wir es auch mit Dynamics. Dynamics gegen Denamics. mal zur abwechslung mal ein bisschen größer zeigen großartig weniger artig aber groß ok da hätte jeder andere attacke auch genauso gut genutzt ja in deiner bocken das kann auch bei ihnen ist es deutlich effektiver okay die kämpfe jetzt hier mit dem der namens pokémon in den neuen art in diesen jetzt nicht mehr ist es nicht mehr so haben los so wasser die wasser tanken sind effektiv da so was mit denen vor durchstoß das kann man durchaus als effektiv bezeichnen schaufler auf gut das war es mit prof der nächste bitte ja gut sehr effektiv stahlflügel ok ja dann wird das vielleicht nicht tun was damit hin feuer ist jetzt nicht sehr effektiv ach du schon da das kann ja was werden sehr effektiv na komm stahlflügel vielleicht hältst du auch ein bisschen was aus blick ich bezweifle stark aber next strike oh es hält aus sehr gut na los stahlflügel wir machen es alle schon im roten Bereich sehr gut na komm stein das geben wir doch hin steinkanzer halt durch sehr gut und noch einmal stahlflügel Und da war es das Bokkoloss geschirren. Haben wir dich bezwungen. Haben wir dich wieder klein gekriegt. Großartig. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt. Nur meine Pokémon. Das war eine ganz schöne knappe Sache. Aber mir geht es sehr gut. So, ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. He he. Das ist, dass ich auch auf dich zählen kann, wusste ich ja schon, Zwergfürst. Aber Huub, du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf dich jederzeit verlassen kann. Vielleicht nicht. Huub, solche Komplimente wohl nicht oft. Das würde erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sehr schönes. Um die Pokémon müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Das reicht zwar bei weitem nicht aus, um mich bei dir zu bedanken, Zwergfürst, aber ich möchte dir wenigstens als kleine Anerkennung meine Liga-Karte geben. Du hast eine seltene Liga-Karte von Merck. Du sortierst die Liga-Karte in deinem Album ein. Solltest du bei irgendetwas meine Hilfe würde, dann melde dich einfach bei mir. Also dann, ich wünsche euch alles Gute und jede Menge Kraft. Da war es noch eins. Ein Geordainmax-Problem, das wir zu lösen haben. Scheint ganz so, als hätte sich die Lage in den meisten Stadien entschrankt. Jetzt wirst du nicht nachlassen, Zwergfürst. Vor uns liegt noch ein Stadion, in dem Dynamics Pokémon die Umwesen treiben. In... Nicht Engine City, sondern... Wie ist das nochmal? Ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm... Na komm. Ach verdammt, wir werden es ja gleich sehen. In dieser einen Stadt ist noch eine... Clown City. Genau. In Clown City gibt es noch einen... Tag Baldwin. So. Na dann mal. Ne, das war anders. Das war jetzt nicht mehr auf der Karte. Die Attacke, die vor und fliegen. Ja. Clown City. Auf gehts nach Clown City. Da erwartet uns die letzte Dynamics Herausforderung. In der achten... In der achten... In der achten... In der achten Arena der Galar Region. Jo. So. Das Team mal schnell heilen. Das würde es nötig haben. Vielleicht erwartet uns ja wieder ein Kampf. Kann durchaus vorkommen. Will uns hier jemand herausfordern. Jut. Na dann. Hinein da. Klären wir das jetzt endgültig mit den Dynamics Pokémon. Was ist hier los? Ah. Zweifelst. Jemand hat gesehen, wie die beiden Clowns durch die Tür hier gegangen sind. Nein, dass die Tür elektronisch gesichert ist. Die Erentriebung wird also etwas dauern. Okay. Na dann müssen wir uns wohl erstmal hier rumkümmern. Bis danach wird die Tür integriert. Hey. Ein Glück, dass ihr hier da seid. Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Es steckt voller herumwüstener deiner maximierter Pokémon. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was im Ernst? Als ob wir nicht schon genug sagen hätten. Egal jetzt. Komm, kümmern wir uns zuerst um die Dynamics Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir fast wirklich das Ratzfratz erledigt. Wir packen mit an. Stimmt's, Zweifelst? Klar doch. Auf geht's. Die letzten Dynamics 10 Pokémon. Die Klima auch geregelt. Na, wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ness, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir ja förmlich gegen eine Wand gerannt. Gut. Du bist ein Profi darin, um einen dynamisierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute wird kein Gegner, sondern ein Team. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir damit jetzt anfangen? Okay. Jeder nimmt sich ein Dynamics Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's. Ja gut. Die Dialoge, die ja gut sind. Wollen wir mal jetzt nicht sagen. Ein Max-Hax. Ein Max-Hax Dynamics erscheint. Los Rufus. Na komm. Rufus, du schaffst das. Nichts effektives. Okay. Antikkraft. Versuchen wir es trotzdem. Deiner Stahl hat. Stahlstacheln. Okay. Das hält er aus. Antikkraft. Na komm. Na komm. Na das ist eher ins Krölschnitt. Eher nicht so gut. Hätte ich mehr erwartet. So. Felswurf vielleicht. Eisenschalf. Okay. Das hält er aus. Felswurf. Kannst du primärfach einsetzen. Sieht aber irgendwie deprimiert aus. Dann muss man noch so ein bisschen was abziehen. Dreimal getroffen. Ja gut. Dann kommt noch einmal Antikkraft. Wir haben noch fast schon die Hälfte. Okay. Statusänderung. Dein Einstoß. Ja das könnte wirklich ein Einstoß sein. Gar nicht Schauf lang. Sondern Ein Einstoß. Rufus besiegt. Ja gut. Jetzt hat Rufus die Hälfte gemacht. Die andere Hälfte wird von den anderen Druckmann erledigt. sehr effektiv du bist dran du bist wieder in der Reihe deine Chance zu beweisen mal wieder Dynamics Kanone na komm das muss doch sehr effektiv und das hat reingehauen erledigt ist es Maxax gechnumpft bezwungen wow was für ein Teamvork das war ganz große Klasse noch schnell ein Foto zum andenken das muss einfach drin sein Stealthy Time um die Pokémon kümmere ich mich keine Sorge die kriege ich immer wieder fett und Zenfurst wenn du dir meine Hilfe brauchen solltest sag einfach Bescheid ja da ist die seltene Negerkarte von Roy du sortierst die Negerkarte in den Album ein ein Wort von dir Roy ein Wort von dir und Roy hält sofort zur Hilfe das verspreche ich dir das verspreche ich dir und du Ness irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche diesmal aber ohne Dynamics ihr habt doch eben gesagt dass irgendwer die Wunsterne missbraucht oder ich nehme mal stark an dass ihr die Sache bereits nach vor schon angestellt habt dann macht weiter so das Klau Stadion ist derweil bei mir in sicheren Händen ok wenn ich mich nicht verzählt habe hätten wir damit alle Stadien abgehakt Svenfurst jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clones schnappen richtig wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorn losgehen ähm wollte Professor Sanja sich nicht darum kümmern die zwei ausfindig zu machen wenn diese Typen das nächste mal sehen während wir sie so richtig fertig machen bieb bieb ok da hätte man gerade den Smartrotom zu den Fürst das ist bestimmt Sanja ähm die steht da drüben kann sie gerade mal eben rüber kommen das wäre vielleicht ja gut Herr Svenfurst ich bin Sanja ha bin ich gut die BANG Clones haben sich zutritt zum Klau Stadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk die Tür dorthin ist zwar verschlossen aber ich bezweifelt dass die Farina ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird alles verstanden kommt zum Klau Stadion und beeilt euch ich bin in 10 Sekunden bei dir ich komme sofort zum Klau Stadion ich glaube Sanja hat uns gerade übers Telefon mehr als deutlich gemacht wie die Lage steht im Stadion von Clones City wären wir ja schon wie soll es denn zum Eingang vom Energiewerk gehen ok damit hat das Spiel nicht gerechnet hallo Balboin ein alter Freund mit einem Level Ball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen wie niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist schon faszinierend was alles so in einem Pokéball steckt oder? sehr faszinierend hallo wir gehen unsere Pokémon nicht teilen ja schaffen wir auch so huch da bist du ja schon wieder ich brauche noch eine Sekunde ok irgendwas stimmt hier nicht aber ich hab's sicher gleich voll 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 brezel jetzt gedacht voll die der kriegt das wieder hin was die Tür wohne trittet ich wusste schon immer dass du ein kleines Chili bist voll die gut gemacht hast du fein gemacht voll 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 ja die Bank Clowns sind da drin wir müssen vorsichtig sein äh ja auf geht's worauf wartet hier noch Energiewerk mein Team ist ja mittelmäßig Kufus bräuchte ein paar bräuchte eine Überlebung das wäre nicht schlecht ansonsten hat es mein Team noch nicht sehr verletzt jetzt haben wir noch irgendwo einen Trank Hypertank ja easy peasy dann kriegt Dinion jetzt vielleicht auch seine letzte Entwicklung gut da wären wir oh oha es ist dir also gelungen die Lage in den Stadien wieder in den Griff zu bekommen auch die Tieferregelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein nichts anderes hätte ich von einem Scheib erwartet los man ja kein wow ja ok was stimmt denn mit denen nicht ist ist der total gruselig warum zwingt ihr Pokémon zur Denaxierung der Grund dafür sind diese Ammenmärchen denen die Gloom schenkt aber wir werden alle die wahre Natur von Sackern und Samacentra offenbaren Sackern und Samacentra haben Gala vor dem Untergang bewahrt ja lechte mir ihr Narren seit ich denken kann wurden uns stets an den als die direkten Abkommingen der Helden geduldet was hab ich nicht richtig vorgelesen doch damit war es schlackertig vorbei als ihr Unruhestift der Gala von Frau Endinanders gerettet habt und dann musste diese Professoren ja auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben äh ja genau die sollen sie schämen was von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert plötzlich sollen diese Pokémon die Helden was sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein zu was würden wir uns das machen und wollt ihr damit sagen dass unsere eher wahren Vorfahren nichts als Lügner waren äh nicht direkt ihr seid tatsächlich der Nachfrage König der König wie Ars in der Tat so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keinerlei Interpretation die sich leckerlichen Geschichten über neue Helder aus Fingern zu saugen das ist alles für nöge Unsinn das stimmt nicht ich habe in meinem Buch nicht gelogen ich bin fest davon überzeugt dass Serkian und Samcentra schon seit uralteren Zeiten über die Galerregion wachen wenn dem so ist machen wir doch die Probe aufs Exempel um zu sehen welche Version der Geschichte die Wahrheit ist sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Gana handeln müssten sie in geballte Ladungen mit Gana Partikeln doch mit Fassung tragen können oder? aber klar doch jetzt dämmert es mir der ganze Zirkus mit den Dynamics Pokémon das waren Testläufe für das große Finale habt ihr völlig den Verstand verloren? ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen? schön dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt nun kommt die Erkenntnis leider ein kleines bisschen zu spät mein Herz an der liebstes kleines Brüderchen trifft oben nehme ich bereits die leichten von Bjorn wer können wir hier heiße Luft produzieren? dass lassen wir nicht zu hohohohoh spielts hier etwa gerade mit den Gedanken den Luft nach oben zu nehmen? genialer Plan es gibt da nur ein Problem zuerst müsst ihr noch an uns vorbei na dann, worauf warten wir? wir gehen an euch vorbei Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für den Kampf trainiert habe. Aha. Pokémon Trainer Schwertrölt vor der Dichhaus. Pokémon Trainer Schwertrölt setzt Laufzwert ein. Ach, dieselben Pokémon, die wir schon besiegt haben. Ja, damn. Na, komm. Ein Eschorn. Eschorn dein Team ein im wahrsten Sinne des Fotos. Oder du meint ihm Ja, gut. Du musst das leider nicht. Es soll mir recht sein. So bleckig hier. Krieg flug. Das wird hier sehr effektiv sein. Na, komm. Borschnabel. Mach's alle. Borschnabel. Na, das ist doch sehr effektiv. Das sieht doch sehr gut aus. Und pflücker. Pflücken wir das Lauch aus dem Boden heraus. Das Lauch zackert. Oder auch nicht. So, bleckig besiegt. 2 zu 0 für ihn. Sehr gut. Mordes. Versuch du es mal. Dann kommt der Rest. Den kleinen Rest hier. Nitroladung. Na, komm. Das Lauchze. Das kriegen wir doch wohl besiegt. Sehr gut. Da waren es nur noch 3. Lauchze. Das game over. Ein paar Erfahrungspunkte für Delion. Mein Blumander. Blutexo. Sorry. Gleich mit dem Durak. Na, los. Feuerball. Sehr effektiv. Ich will dich übernehmen sehen. Großartig. Käse. Jure siegt. Käse. Alles Käse. Neues Level für Delion. Sehr gut. Tektas. Spellt heute jetzt Tektas ein. Ja gut. Ja, meine Feuerattacken sind es immer noch. Effektiv. Ja, wenn nicht sogar sehr effektiv. Rückzug von Tektas wirkt. Ja, kannst du gerne zurückziehen. Erinnert nichts daran. So, dass Team besiegt will. Duo Class. Sankt, du bringe. Von mir aus. Mitro Ladung. Na komm. Machen wir es alle. Jo, das haut rein. Ist nicht ganz so wie bei dem zweiten Pokémon hier, aber. Gut. Modi erledigt. Zweieinhalb zu drei. Irgendwie. So. Endi-Nan-Nos. Das ist nochmal so ein richtiger Schlaf ins Gesicht. Gerade hatte doch noch gepredigt, dass wir das Endi-Nan-Nos gezähnt haben. Und jetzt. Sag. So muss das. Du, du hast besiegt. Und jetzt macht Endi-Nan-Nos deinem letzten Pokémon. Den Chaos. Das wird deine Lehre sein. Tektas. Warum hast du es denn so ähnlich? Lass es dir doch in Ruhe Spaß haben. Tektas. Spaß? Na ja. Na gut. Na gut. Machen wir es nochmal episch. Dynamics-Kanone. Tiefstark. Und das war's mit Tektas. Erledigt. Großartig. Schwerthold besiegt. Und mit Endi-Nos. Großartig. Oh. Meine noblen Pokémon. Gunst. 25.600 Pokémon. Oder wie ist die Krächer aus dem Kampf gegen Schwertold hervor? Verloren. Ich. Wie ist das nur möglich? Und ist deine Fanbase auf einmal weg? Die Fans, die eben noch angefangen haben und uns ausgebucht haben. Jetzt sind sie weg. Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es, na, ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Blah. Was wartet das? Ah. Offenbar hat mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu verenden. Gehen wir. Wie war denn? Hinauf. Kurz mal zwischenspeichert. Sehr gut. Das Team, wie sieht es damit aus? Ja, die Zeit muss sein. Man hat gerade ein paar Probleme ansetzen. Ich muss gleich wahrscheinlich nicht wieder kämpfen. Da will ich nicht drum herum kommen. Und wenn nicht gegen Schwertold und Friedrich, dann gegen die legendären Pokémon. Fangen wir uns jetzt vielleicht gleich ein legendäres Pokémon. Sieht fast danach aus. So, ob das jetzt in der After-Story so weit ist. So, Ruf ist wiederbeleben. Und in dem du das kriegst du eine Monade. Zur Feier des Tages. Großartig. Haben wir noch AP. AP Dingens. Daher Tag. In dem du das, der braucht hier. Deinemerskanone. AP wohl aufgefüllt. Großartig. Auf geht's. Auweil. Was passt jetzt da? Was geht da vor sich? Ich habe es verbracht, oder? Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schild anlocken lassen. Dann musste ich nur noch eine ordentliche Ladung an Ganapartikel verpassen. Wie konnten Sie das nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das Fitzsummer-Central ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass Sie den rostigen Schild stehlen. Ha! Der Schleier ist gefallen. Seine wahre Natur offenbart sich. All Ihre Ruhe, Gewalt. Die Bestie soll also euer Held sein. Jetzt zeigt sich, wer der wahre König der Gana-Region sind. Ha! Ungeschubst. Ja. Gut. Liegt. Brötchen. Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst all deinen Zorn an der Stadt und den Einwohnern auslassen. Ha! Es versucht verzweifelt, seine Kraft im Zaum zu halten. Doch es will ihm nicht gelingen. Sabas, Entra! Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Dynamics-Pokamon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pogma zu tun. Falls du vor hast, es zu fangen, würde ich davon abraten. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich glaube, du bist der Einzige, der in diese Situation gewachsen ist. Das hatte ich schon befürchtet. Mach dir keine Sorgen, Zellenfürst. Ich kümmere mich darum, dass wir alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Zama-Entra zu besenftigen. Zellenfürst, es greift an! Boah! Ja, das hatte ich befürchtet.